Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zum dritten Yogi Latis Video hier beim MTV. Ich wollte gerade sagen, heute in der Turnhalle, aber das seht ihr ja eh nicht. Wir sind ja eh wieder am Strand und wenn ich heute wieder nach da schaue, da sitzt heute Flo, wisst ihr, das ist der, der mir immer vom Boden wieder hochhilft. Vielleicht solltest du ja doch noch mal das Bild gehen und wiegen. Jetzt sind wir wieder seriös, wie immer beim Yogi Latis und kann das ganz locker lassen. Schultern nochmal kreisen. Dann lösen wir erstmal ein paar Verspannungen. Atmen ein über die Mitte, machen uns ganz groß. Mit der Ausatmung nehmen wir den Oberkörper zur rechten Seite. Kommen wieder zur Mitte und die linke Seite. Strecken uns noch mal und wieder lösen. Große Bewegung, dann die Füße ein bisschen weiter, Fußspitzen zeigen nach außen. Nehmen die Arme mal auf Schulterhöhe und lassen sie ganz leicht schwingen. Halten die Spannung. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Einfach nur schwingen. Und dann lösen wir. Große Bewegung. Und atmen über die Mitte, wieder tief ein, machen uns groß und ausatmen. Schwingen. Und wieder nach oben. So, locker. Lass mal wieder ganz entspannt die Arme und den Oberkörper schwingen. Achtet darauf, dass ihr auch das Knie mitnehmt. Einfach beim Seitenwechsel immer wieder beugen. Kommt zurück zur Mitte. Nochmal die Arme auf Schulterhöhe. Jetzt machen wir mal kleine Kreise, Richtung ist egal. Andere Richtung. Die Hände nochmal hinter den Po. Schulterblätter ziehen zusammen. Hebt mal ganz leicht die Arme an. Und wieder lösen. Nochmal locker. Und einatmen. Groß werden. Und wieder aus. Dann nehmen wir den rechten Arm zur Seite. Linke Hand ist hier an der Brust. Schieben uns zurück, als ob wir einen Bogen haben. Immer auf, also spannen wollen. Einatmen. Und ausatmen. Lass die Knie gebeugt. Beine nicht strecken. Und achtet auf die Atmung. Und noch einmal die linke Seite. Kommt wieder über die Mitte einatmen. Ganz groß. Und aus. Ein. Und wieder ausschwingen. So, dann bleiben wir gleich mal hier. Drehen den rechten Fuß ein. Linke Fuß. Wieder parallel. Hüfte zeigt nach vorn. Die geht immer automatisch mit. Wir holen sie wieder nach vorn. In den Krieger. Und da war sie wieder die Ferse. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie gerne mit nach oben nehmen. Dann bringen wir die Ferse wieder nach unten. Die Hände greifen nach hinten. Schließen. Und kommen hier zur Hüfte. Da, wo jetzt gerade das Mikro ist. Schieben den Oberkörper. Langsam zur rechten Seite. Und versuchen mal, das linke Bein anzuheben. Die linke Schulter weiter Richtung Rücken. Halte. Das ist der Vorführeffekt. Bündig hoch und halten. Langsam wieder lösen. Lasst hier die linke Hand an der Hüfte. Rechter Arm schiebt über den Kopf. Komm in den Sonnenkrieger. Spür nochmal die Dehnung. Rechte Körperseite. Und schließen die Hände. Schieben den Oberkörper nochmal zur rechten Seite. Und halten. Und wir lösen. Strecken nochmal das rechte Bein. Und versuchen mit der rechten Hand ein wenig tiefer zu kommen. Bis zum Schienenbein. Schulter zieht zum Rücken. Und wir halten. Und wieder lösen. Drehen den rechten Fuß ein. Linke geht nach außen. Beugen schon mal das linke Knie. Holen die Hüfte wieder nach vorn. Und wieder. Und wieder. Ferse hoch der Mark. Langsam die Ferse wieder nach unten. Schließen die Hände. Komm zur linken Hüfte. Schulter weiter nach hinten. Und gucken mal, ob wir auf der Seite mehr Erfolg haben. Und halten. Jawohl. Das ist heute die Schokoladenseite. Will ich gar nicht mehr aufhören. Nein, wir kommen wieder zurück. Lösen. Komm in den Sonnenkrieger. Und halten. Und halten. Bring die andere Hand wieder nach oben. Schließen. Und ziehen den Oberkörper nochmal zur linken Seite. Halten. Und halten. Lösen. Lösen. Linke Hand zum Schienbein. Rechte Hand kommen nochmal zur Hüfte. Denken an die Schulter. Schieben die weiter zum Rücken. Und bleiben. Langsam wieder nach oben. Und einmal ausschütteln. Das ist schön. Das war schon mal ein guter Anfang. Kommen wir weiter zur Balance. Wir fangen heute mal. Wie gesagt, wenn ihr eine dicke Matte habt, einfach mal von der Matte auf den Boden bleiben. Rechtes Knie bringen wir nach oben. Linke Hand greift zu. Rechter Arm umwickelt den Rücken. Und versuch mal den Blick mitzunehmen zur Schulter. Die ganz sportlichen können das Bein noch strecken, wenn sie wollen. Und wir lösen. Und wir wechseln nochmal. Schauen zur linken Schulter. Die linke Hand berührt wie die rechte Hüfte. Halten. Und wieder lösen. Nochmal locker lassen. Habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Wir kommen zum Baum. Option, wenn ihr einen Wackeltag habt, bleibt ihr wieder unten. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn der Fuß, Oberschenkel, Innenseite ist. Das Knie zeigt nach außen. Der Bauch ist fest. Und wir öffnen. Schulterblätter ziehen zusammen. Halte. Und ruhig ein- und ausatmen. Jetzt bringen wir mal den linken Arm nach vorn. Das ist eine blöde Übung. Die klappt jetzt bestimmt nicht. Wir schauen jetzt mal zur rechten Seite. Versuchen die Ballons weiterzuhalten. Wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr merken. Es ist nicht so einfach. Mal wieder zurück. Bleiben im Baum. Bring nochmal die Hände vor die Brust. Schultern ganz entspannt. Elbungen fallen locker nach unten. Wir pressen heute auch nicht mit den Händen zusammen. Sondern atmen nur einmal ruhig ein. Und noch langsamer wieder aus. Und lösen. Linke Seite. Unser Baum. Knie wieder nach außen. Ich spürt eine leichte Dinnung im Hüftbereich. Und öffne. Schulterblätter wieder zusammen. Halten. Rechter Arm kommt nach vorn. Linke bleibt auf Schulterhöhe. Und hier versuchen wir auch mal den Blick mitzunehmen zur linken Seite. Heute fast ein Lauf. So. Aber nur fast. Komm wieder zurück. Hände nochmal in die Gebetshaltung. Schultern entspannt. Ruhig ein- und ausatmen. Und wieder zurück. Und wir lösen. Locker. So. Und dann kommen wir einmal wieder so, dass wir das lange Stück der Matte vor uns haben. Schulterbreiter Stand. Der Bauch bleibt fest. Atmen ein. Und mit der Ausatmung kommen wir in die Vorbeuge. Heben den Po leicht an. Da löst sich dann das Mikro auf. Kommen wir in die Vierfüßler-Pose. So. Von da aus in die Katze. Und in die Kuh. Ich will mal gucken, dass das Mikro nicht in der Nase landet. Will aber auch nicht bleiben. So. Dann bringen wir mal die Unterarme auf den Boden. Wir stellen hinten die Füße ab. Stellen hinten die Füße ab. Und heben den Po an. Und halten. Ist auch gerade gut, wenn ihr Schulterprobleme habt. Dass ihr dann nicht in einen herabschauenden Hund kommt. Und dann beugen wir die Knie. Halten sie über den Boden. Und wieder strecken. Nochmal. Über den Boden halten. Und wieder lang. Und nochmal. Komm mit den Knien auf die Matte. Schieben uns nach oben. Und nochmal. Rund die Katze. Und wieder die Kuh. Heben den Blick an. Unterrücken ist tief. Schultern weg von den Ohren. Und dann bringen wir nochmal die Hände nach vorne. Schieben die Schultern über die Handgelenke. Lassen den Bauch fest. Beginnen mit der Option vom Krokodil. Lassen die Ellbungen am Körper. Und halten über den Boden. Und ablegen. Rollen nochmal die Schultern nach hinten. Hände bleiben neben der Brust. Baby Cobra. Heben die Brust an. Hinziehen zum Brustbein. Und wieder zurück. Schieben uns nach oben. Halten. Krokodil. Und Hund nach oben. Schieben nach oben. Hinten die Füße berühren sich knieweit auseinander. Und kommen nun in die Kindspose. Und in den herabschauenden Hund. Wir sind ein umgekehrtes V. Schieben. Schieben das rechte Bein nochmal nach oben. Dreibeiniger Hund. Und bringen hier, wie ihr könnt nachhelfen, den Fuß nach vorn zwischen eure Hände. Setzen das andere Knie ab. Heben die Brust an. Jetzt bringt man den vorderen Fuß ein kleines Stück nach außen. Und kommt mal auf die Unterarme. Heute übrigens verstärkt den Hüftbereich werden wir machen. Vor Freude schon zusammengebrochen. Und kommt wieder nach oben. Zurück. Rapschauner Hund. Und nehmt das linke Bein nach oben. Und beugen. Hol dir das Bein nach vorn. Das Fuß. Knie absetzen. Den Fuß ein wenig nach außen. Und wieder auf die Unterarme. Und kommt zurück. So. Alles wieder entknotet. Haare liegen. Dann können wir uns auch schon auf den Po setzen. So. Wir rollen uns auf den Rücken. So. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das Mikro bleibt jetzt da, wo es gerade ist. Und schiebt sich nicht in die Nase. Wir bringen mal die Knie über die Hüfte. Wir bringen die Arme an die Seite. Das ist eigentlich ganz puppig, wie wir heute anfangen. Einatmen. Mit der Ausatmung strecken wir das rechte Bein. Halten über den Boden. Spannung im Bauch. Und wieder zurück. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und aus. Rechte das Bein noch mal. Und das linke. Dann bringen wir die Knie wieder zur Brust. Massieren den unteren Rücken. Kleine Bewegungen. Wechseln auch noch mal die Seite. Wir bringen die Knie wieder über die Hüfte. Und Arme liegen am Körper. Jetzt egal, mit welchem Fuß wir anfangen. Einfach mit der Fußspitze tippen wir. Spannung im Bauch. Halten und ziehen uns zweimal mit den Armen an der Seite nach oben. Dann tippen wir wieder. Und zieh. Und zieh. Tippen. 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 Nochmal. Macht's uns Spaß. Möchte man gar nicht aufhören. Macht's mal aber. Stellen die Füße nochmal ab. Tippen. 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 Und ich wollte heute noch mal die einen wunderschönen Übungen machen. Wo die ganze Power auch im Bauch ankommt. Bring nochmal die Knie über die Hüfte. Hände. Hände. Oberschenkel. Mitte. Und ihr presst mit euren Händen gegen die Oberschenkel. Und ihr spürt die Spannung im Bauch. Halten. Halten. Und löse. bringe. Wunderbar. Knie über die Hüfte. Hände. Oberschenkel. Mitte. Spürt mal eure Muskulatur. Und dann drücken wir mit den Händen dagegen. Bauen die Spannung. Bauen die Spannung auf. Und löse. Und weil das so einen unglaublichen Spaß macht, machen wir das gleich nochmal. Aber nur noch einmal, nicht übertreiben. Hände, Oberschenkel, Mitte und pressen. Und wieder lösen. Wir massieren nochmal, atmen nicht vergessen. So, jetzt stellen wir die Füße ab. So, keine Stunde ohne diese Übung. Also seitdem ich die wirklich regelmäßig mache, sind die Rückenprobleme besser geworden. Wir atmen ein, Schulterblätter ziehen zusammen, kommen ins Hohlkreuz. Ausatmen, Wirbel für Wirbel, den kompletten Rücken wieder zurück auf den Boden und wir heben das Becken an. Und nochmal. Einatmen. Und aus. Und noch einmal. Hier halten wir. Spannung auch lassen. Halte, halte, halte. Noch 10 Minuten. Nee, war ein Scherz. Bring langsam den Bobi nach unten. Da schlafen alle ein. Bevor im Fernsehen. Oh, ich habe euch heute etwas ganz Tolles mitgebracht. Also ich fand das vorhin noch ganz toll. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so toll ist. Wir wollen uns erstmal auf den Bauch. Wir fangen mit dem Puppigen an. So. Die Spings-Pose ist auch ein Träumchen für den Rücken. Ihr bringt die Arme nach vorne, Ellbogen bleibt unter der Schulter. Und ihr schiebt euch nach oben. Die Schultern bleiben auch tief. Nicht den Kopf zwischen die Schultern. Also nicht die Schildkröte machen, sondern die Spings. Beine bleiben lang. Und dann heben wir nur die Beine an. Wir spüren jetzt nur den unteren Rücken. Angenehm. Und halten. Löse. Euch auch nochmal ein bisschen ausschütteln. Und nochmal. Schieben uns nach oben. Halten. Und heben die Beine an. Wieder lösen. Wieder locker lassen. Das ist übrigens mein Lieblingslied. Klingt gut, ne? Voll Power. Und noch einmal. Halte. Denk an deine Schultern. Und wieder lösen. Und was trinken. Trinken ist auch immer gut. Kommen wir erstmal wieder in den Unterarmstütz. In der Option, wenn du wie gesagt, auf den Knien bleiben. Dann macht das bloß keinen Spaß. Versucht einfach nochmal die Knie hochzunehmen und zu halten. Und wir lösen auch nur, weil wir heute noch so viele Übungen machen wollen. Kommt nach oben. Der Skorpion. Klingt gut. Aber nur zum Eingewöhnen machen wir den heute. Wir beginnen da im Vierfüßlerstand. Nehmt mal das rechte Bein nach oben. Das Knie ist gebeugt. Das ist der Stachel vom Skorpion. Die Hände kommen ein kleines Stück weit nach vorn. Ihr schiebt die Schultern über die Handgelenke. Am Anfang einfach ein Handtuch hinlegen. Weil Elbungen am Körper bleiben. Und ihr euch wieder hochziehen müsst. Es ist richtig, wenn es anstrengend ist. Einfach ist es, wenn man die Elbungen nach außen nimmt. Das macht ihr natürlich nicht. Nochmal. Tief und wieder hoch. Ich hätte ganz vergessen. Wie anstrengend das ist. So, jetzt hat man die rechte Seite. Machen wir nur einmal die linke Seite. Vierfüßlerstand. Linkes Bein nach oben. Wir beugen das Knie. Bringen die Hände ein Stück nach vorn. Und lassen, egal was passiert, die Elbungen am Körper. Tief und wieder hoch. Ich könnte es jetzt noch mal probieren. Wenn ich auf die Nase fliege. Na ja, wird es ein lustiges Video. Und Tief und wieder hoch. Und wir bleiben. Und heute wollte ich schon unbedingt mit euch den Schwan machen. Und zwar bringt ihr das rechte Bein nach vorn. Linkes Knie ist gebeugt daneben. Ich mache das trotzdem noch mal zur Seite. Ihr legt das Bein gerade vor euch hin. Und dreht dann die Hüfte so, dass der Hüftknochen an der Ferse landet. Und kommt ganz entspannt mit den Unterarm auf den Boden. Es gibt hier verschiedene Varianten. Das ist erstmal die angenehme. Auch eine wunderschöne Dehnung. Falls ihr eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht, könntet ihr noch hintere Beine nach oben nehmen. Und versuchen den Fuß im Ellbogen festzutackern. Und dabei elegant auszusehen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nehmen wir noch mal die andere Seite. Legen das Bein wieder vorn ab. Achtung, hier der Hüftknochen kommt zur Ferse. Und wir kommen ganz entspannt mit den Unterarm auf den Boden. Achtet einfach nur mal drauf, dass der Fuß nicht irgendwo hinten eingeklemmt ist, sondern wirklich vor euch liegt. So wie ich drauf achte, dass das Mikro nicht in die Nase wandert. Nicht kaputt machen. Also wenn jemand sportlich ist, könnt ihr jetzt nach oben kommen, den hinteren Fuß einklemmen und gut aussehen. Machen wir dann später nochmal. Rollen uns jetzt nochmal auf den Rücken. Nehmen das rechte Bein mit nach oben. Und pushen vorsichtig das gestreckte Bein zum Oberkörper. Halten. Und bringen das rechte Bein langsam zur linken Seite. Nehmt die Hüfte mit und presst die Schultern auf den Boden. Euer Blick. Geht zur rechten Seite. Ihr könnt das Knie beugen, den Fuß auf dem Boden abstellen und so bleiben. Kommt wieder zurück. Nimm das linke Bein nach oben strecken und ganz vorsichtig pushen. Hände, Oberschenkel bitte nicht in die Kniebeuge greifen. Und ganz kleine Bewegung. Halten. Und bring langsam nochmal das Bein zur anderen Seite. Denk an deine Schultern. Nimm die Hüfte mit. Verstärke vorsichtig die Dehnung. 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 Kommen wieder zurück zur Mitte, rollen uns nach oben und drehen uns nach vorn. Extra Haare gewaschen für heute. Fürs Video sieht man das? Ja, muss nicht nett sein. Schon okay, das ist jetzt alles wieder kaputt. Bauch bleibt fest, Schultern sind ganz entspannt und wir kommen nochmal auf die Unterarme nach vorn. Lassen wir uns mal richtig hängen. Den Po lassen wir auf der Matte. Und rollen langsam wieder nach oben, strecken nochmal die Wirbelsäule, rollen mit den Schultern und lassen wieder das rechte Knie gebeugt auf den Boden. Das linke kommt rüber. Lassen die Wirbelsäule gestreckt. Rechter Arm umwickelt das linke Knie. Wir schauen zur linken Schulter. Ihr könntet auch nochmal mit dem Ellbogen gegen das Knie drücken nochmal die Dehnung verstärken. Den Oberkörper weiter nach hinten drehen. Und wieder zurück. Wir wechseln nochmal. Wir wechseln nochmal. Wir legen das linke Bein gebeugt ab, bringen das rechte drüber, strecken die Wirbelsäule. Linke Arm entweder um das rechte Knie oder mit dem Ellbogen drücken uns dagegen. Schauen zur rechten Schulter. Nun. Also. Wechseln lassenaria hinein. Und wieder lösen. Wieder ganz entspannter Schneidersitz. Mal ganz locker. Lassen die Hände wieder ganz entspannt auf den Knien legen. Liegen, nicht legen. Schuh dann sind entspannt. Atme nun mal tief ein. Und bring den Kopf ganz langsam zur rechten Seite. Schauen über die Schulter, so weit wie möglich. Und kommen wieder zurück zur Mitte. Und schauen über die linke Schulter. Zur Mitte. Noch mal. Bring den Blick über die rechte Schulter. Versuch noch weiter hinter den Rücken zu schauen, als beim ersten Mal. Und wieder nach vorne. Linke Seite. Kommen wieder nach vorne. Und nehmen jetzt mal die rechte Hand, greifen zum linken Schulterblatt. Wer mag, kann nochmal versuchen, mit der linken Hand die rechte Hand einzufangen. Könnt ihr natürlich schummeln. Und wir lösen. Atmen. Atmen ein. Linke Hand zum rechten Schulterblatt. Könnt ihr so halten. Oder versucht nochmal hinter den Rücken, dass die Fingerspitzen sich berühren. Und lösen. Mit den Schultern groß Bewegung von vorne nach hinten. Und wir rollen und lassen die Hände wieder ganz entspannt auf den Knien liegen. Ihr könnt ruhig die Augen schließen. Und euch nur auf die Atmung konzentrieren. Noch mal tief durch die Nase einatmen. Und langsam durch Mund oder Nase wieder aus. Ein. Und wieder aus. Nochmal tief einatmen. Und versuchen, noch langsamer wieder auszuatmen. Noch dreimal tief ein. Und aus. Einatmen. Und wieder aus. Ein letztes Mal tief ein. Und wieder aus. Dankeschön, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann bringe ich den Frosch mit. Also, der war mit mir lebt. Untertitelung des ZDF, 2020